Das einzige Wunder, an das auf der ganzen Welt, glaube ich, alle Menschen heute noch glauben, ist das Wunder der Geburt. Und auf dieses ganz besondere Ereignis möchten wir die Frauen natürlich auch ihre Männer mit diesem Buch einstellen. Also ich kann mich nur ganz gut erinnern, als ich das erste Mal CTG gekriegt habe und dann die Herztöne vom Baby gehört habe. Und das war total schön. Ich wollte nicht ein ganz normales Schwangerschaftsbuch schreiben. Ich wollte ein Buch schreiben, dass die Frau darin bestärkt, sich in den Mittelpunkt zu nehmen in der Schwangerschaft und ihre Schwangerschaft zu genießen und die Königin zu sein. Ich bin hier die Maske. Die Maske darf nie besser aussehen als die Modelle, die man sieht. Was mir an diesem Buch gefällt, ist, dass es neben der Fülle an medizinischen und sachlichen Informationen auch noch für jede Mama und mit jedem Anlass eine ganze Menge an sehr einfühlsamen und herzenswarmen Tipps und Tricks bereithält. Die Maske gibt es auch immer auf Militieren. Da ja Mamas eigentlich immer mehr Fragen haben, als ein Buch alleine jemals beantworten könnte, haben wir uns was Besonderes ausgedacht, nämlich Mama Plus. Das heißt, aufklappen und überall dort, wo das Mama Plus Zeichen zu finden ist, gibt es nochmal Bonusmaterial auf unserer Homepage. Also mit mir ist es echt anstrengend, aber ich glaube, ich mache es mindestens noch einmal. Okay. 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 Bär furcht, bär furcht